preisexplosion jetzt clever die flexi rente als zusatz geldquelle nutzen um energierechnung bezahlen zu können mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de viele menschen wissen nicht wie sie die gasöl und heizrechnungen und auch die lebensmittelkosten überhaupt noch mit ihren einkünften bezahlen sollen millionen sind betroffen vor allen dingen diejenigen die wenig geld haben oder aber mittlere und leicht höhere einkünfte haben auch die stehen tatsächlich vor schweren zeiten für einige von diesen betroffenen kann es eine wunderbare finanzierungsquelle geben daran hat man möglicherweise noch gar nicht so gedacht die deutsche rentenversicherung macht de facto ein zusatzeinkommen für sie möglich nämlich die flexi rente bei einer vorgezogenen altersrente dass sie sozusagen ein zusatzeinkommen neben ihrem arbeitsverdienst haben können nämlich eine altersrente neben ihrem verdienst und damit auch in den schweren zeiten mit den gestiegenen kosten über die runden kommen können also man könnte sagen rein in die rente und den anrechnungsfreien hinzuverdienst neben der rente von 46.060 euro bis zum 31 12 2022 einfach für sich für seinen eigenen vorteil nutzen ab 2023 fallen ja die hinzuverdienst grenzen bei vorgezogenen altersrenten ersatz muss weg da wird nichts mehr angerechnet der vorteil ist für sie in diesen schweren zeiten sicherlich auf der hand man kann auch sagen schon fast unschlagbar sie haben zwei verdienste einmal den verdienst aus ihrer beschäftigung als arbeitnehmer und den rentenverdienst aus der vorgezogenen altersrente damit können sie sozusagen die gestiegenen kosten für öl gas heizung und lebensmittel gut abfedern ja und sie haben recht da gibt es auch im nachteil sicher ist das klar wenn sie jetzt praktisch eine vorgezogene altersrente nehmen und die nehmen können sie jetzt aktuell nur mit abschlag nehmen haben sie den abschlag ein neben lang und sie müssen natürlich auch schauen dass wenn sie zwei einkünfte haben müssen sie darauf auch steuern zahlen deswegen sagen wir in solchen fällen einfach auch noch versuchen ein bisschen geld für das finanzamt zurückzulegen hört sich nicht schön an ist aber wichtig dass sie das nicht vergessen ja denken sie einfach mal über meinen vorschlag nach vielleicht hilft er ihnen sogar und sie müssen keine angst haben die gestiegenen rechnungen nicht bezahlen zu können oder vielleicht auch weil sie jetzt was weiß ich überhaupt nicht zahlen können nicht mehr zahlen können ihre wohnung als mieter zu verlieren näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel und stellen sie auf www.rentenbescheid24.de ich mir nicht zu verleten